Und damit willkommen zu Donkey Kong Country mit Flash Mit Centoos, dem Bananensammler Nein, nur mit dem Bananensammler Hau ab, du Bananensammler Ne, ich mag Bananen Und bist ne Bananen Guck mal, warte mal, die ersten 5 Level nur mit Donkey Kong Bin ich gut Ja Jawoll, da ist er doch Guck mal, da hinten ist die Insel Na, fetzack Wow Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert hat Aber wir raufspringen, würde ich sagen, ne Problem gelöst Alter Das war gut Boah, Konzentration Das war echt gut, Flash Konzentration bei dem Gegner, ja, hallo Was ist denn da los? Glaub ich dir Nimm den, den, den Nimm mir nochmal ein paar Leben holen Ja, mach das Kannst mir Gesellschaft da oben leisten Kannst mir Gesellschaft beim Endgegner leisten Wie denn, geht auch gar nicht Ne, du musst Ich habe zwei, zwei Dinger Vorsprung Wow Bin ich gut Ja Ah Tschüss Das ist halt Donkey Kong Tschüss Tod Ich meinte den Kroko Ich weiß noch zu Anfang, wo das hier voll schwer war Oh ja, wo da haben wir so viel gefällt Und jetzt? Ja, jetzt ist ein Durchzug hier Wow Letztens noch da und heute schon beim Endgegner Ich versuche noch das Hund-Nashund-Gewächs darauf zu springen Ja Wannst du nicht leben? Mit 30 kommst du noch gut weit Bin einfach gesprungen eben Yeah Den kriegst du immer wieder, ne? Ja, keine Ahnung warum Komischerweise Die anderen kriegst du nicht bei den Dingen Dem, dem, dem Dem Ist der immer so Immer so wie Ja Hol sie den auch, du kriegst noch ein Leben Sonst springst du nicht daneben Schafft der das Leben oder springt der daneben? Ah Flash, so ruhig Schafft das jetzt oder springt der daneben? Halt zum Haul, Flash Warte, schau dir in den Haul jetzt und jetzt Sonst würde er reden Ich spreche ja mal normal ab hier Ja So, Konzentration beim Endgeg Knapp Vorsicht, du wirst gleich Eine scheißaus Krone Jetzt Pisse dich doch hier, du Fettsack, ey Und spring Wann wirst du deine Krone, du Kacksack So, wir wieder Alter Schwede, leck mich mal Ich glaube, der macht das mehrmals jetzt Ja Ja Mach der auch Wow 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 Alter Schwede Zweimal Ich glaube, wir hätten es gleich springen müssen Okay, ich tippe mal, dass der Zweimal Einmal wirft Einmal läuft Das zweimal macht Ja, und dann wird er schneller Ja, dann wird er Macht er zweimal zweimal Ja Alter Schwede Ich muss urinieren Das ist viel schlimmer Hm? Ich muss voll urinieren I Ich hab mir nicht gesagt, dass ich pipi muss Oh, jetzt hab ich's gesagt I Hippi Dem 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 Aber dem ist das genauso wie bei Mario, ne? Also bei Mario wird mir den Leben Hm Ein Level, wo du dir Leben holen kannst Ah, ja Ah, ja Den Trick weißt du noch? Ja, den weiß ich noch Na, wo ist er? Da Hm Goodbye, goodbye Aber noch ein Frosch erst Ja Oh Vor allem lehne ich mich grad zurück Halt mein Maul und guck So, dass ich alle drei Fässer seh Kennst du das? Aber ich hab jetzt auch grad so Penibel da drauf geguckt Verpiss dich Nö Das Klebeln gewonnen Aber gleich zerronnen Zentus, die Eislevel so allgemein sind nicht dein Deinen Deinen waren die auch nicht so wirklich Nö Die sind auch scheiße, die Dinger Ah, weiß ja, wo ich bin, ne? Den, 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 den Ja, ich weiß Hallo, Fettsack Vor allem die Musik dazu, ne? Den, 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 den Hallo, Fettsack Na, läuft der zweimal? Ja Alter Alter, Schwede Ich bin zweimal wieder schneller Rennen, rennen Vorne, 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 vorne Sprung Und Spring Drei Mal Drei Mal, Alter Ich glaub, man sollte gleich wieder rüber rennen Zum Ende hin Nein, ich, ich lauf dem immer weg Und dann kann ich nämlich direkt rüberspringen Dann hast du nämlich zum besseren Besseres Gefühl dafür Ja Oh, mein Gott Alter, Schwede Aber egal, ich hab nen guten Vorteil Ich kann direkt wieder zurück und paar Leben holen Ja, das kannst du Ich sag drei Jetzt nicht blinzeln Oh, da ist zwei drinnen Ja, der ist immer nur zwei oder drei drinnen Na, beim letzten Mal auch schon Weil er hat das eben mit einmal gelegt Ich mach die Bienen voll Voll die Eisbienen Voll die geilen Bienen Ja, leg mich am Arsch Ich find die Melodie voll geil Oh Man, ich hasse das Die Superfässer Scheiße Das war nix Doch mal den Endbus Vor allem genau in dem Moment, wo ich drücken will Geh, du schaltest wieder zurück Der Morte ist so geil Und trifft einen damit So, jetzt kommt er glaube ich zweimal, ne? Ja Und beim zweiten Mal wird er natürlich schneller So, kann ich zweimal oder dreimal? Jetzt kommen dreimal Eins Zwei Drei Und dann müssten jetzt viermal kommen Nein, der macht irgendwas anderes Jetzt springt er Alter Schwede Kugel Wow Also das wusste ich jetzt nicht Jetzt musst du dann viermal rein Ne, jetzt springt er wieder Sei bloß vorsichtig Alter Schwede Boah, ich muss jetzt mal Pipi gleich Ja Alter Schwede Soll ich gleich mal anschließen Können wir gleich noch einen Cut machen Boah, boah, boah Geil Geile Scheiße, ey Das ist mies jetzt, ja Bloß Kanonen Kugel Ich schreib mir jetzt gerade auf, wie das läuft hier bei dem Fettsack Wieder so ein bisschen Ach, gibt's doch nicht Ich will den Besiegt haben, den Typen Schon wieder zwei, Alter, was für eine Verarsche Warum machst du das denn? Das ist echt eine Verarsche Du brauchst den auch, ne? Du machst ja Hüpfel, Hüpfel Dann geh ich mir kurz Pipi Pipi machen Ja, dann mach Pipi Pipi Ja, dann mach ich mir kurz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020